Eine Schlange im Wald mit einem Stock zu ärgern, obwohl man nur den Kopf sieht und der Rest des Körpers im trüben Wasser liegt, ist eine ausgesprochen dumme Idee. Der Mann in diesem Video tut es trotzdem, doch die Schlange lässt sich so etwas nicht gefallen und schnappt prompt zu. In der Videobeschreibung schreibt der YouTuber, wichtigste Lektion, Schlangen, nicht mit kurzem Stock stupsen. Wieso man sie überhaupt anstupsen sollte, das bleibt dann wohl sein Geheimnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017